Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute viel auf die Hand nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Hero Wars. Ich mache mal kurz Musik an. Okay, Spiel starten und fortfahren. Hm, war da so wenig Musik? Ich glaube schon. Dann schauen wir mal. Äh, hält, da. Da können wir bei jedem etwas machen. Fangen wir mal bei den Grauen hier an. Geht noch nicht, erstmal müssen wir hier die Teile haben. Okay, ähm, fangen wir doch lieber oben an. Erhalten, erstellen. 599. 4 3 12 6 6 6 7 5 Okay. Nein, einen Skin brauchen wir jetzt nicht. Oder? Ich glaube nicht. Nee. Ehm, du, 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 du. Artefakt. Ah, da. Da war doch ein Sound gewesen. Hm, nicht aufleveln. Schade. Glyphe. 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 Wie ging das mit den Glyphe nochmal? Hm. Ah, da war noch ein Artefakt. Äh, hier. Also bei dem können wir gar nichts mehr machen. Bei der wäre das Gyn noch da. Ich habe jetzt den, ich kann auf den verbessern. Nochmal. Nochmal. Okay. Okay, das haben wir auch. Hier noch der Skin. Okay. Jetzt haben wir alles. Quest. Schon zwei Queste fertig. Oh, hier auch ein paar Queste fertig. Hier haben wir. Hier haben wir. This. VIP. Du, du, du. Du, 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 du. Du, du, du das. Ich hab mich mit den Glyphe sein. Dann gehen wir mal weiter. Luftschiff. Abholen. Jawohl. Sammeln und hier 3 Minuten, 9 Stunden, 6 Minuten, auch nicht, die 6 Minuten, jawohl. Ich brauche 5 Teilnehmer, 1, 2, 3, 4, 5, ich brauche 8000. Die ging nicht, 8 Minuten. Hm, mir fehlt einer. So, ein Mist. Dann, da, das Einsammeln, schön. Ach, warte mal, nochmal zurück. Luftschiff, ich muss noch die Truhe aufmachen. Zwei Schlüssel habe ich noch. Und fertig. Artefakte. Schön. Hat hier alles gepasst. Hm. Hm. Kommt, kriegt der hier auch den Skin, zack. Aber immer noch grau. Da um ist noch was. Es ist hier wieder was. Immer das hin und her. Dann gehen wir wieder auf den hellen, nehmen wir den mal und suchen hier diese Mütze. Finden, starten. Ja. Ein kleiner Kampf. Auto an. Ich brauche die Mütze. Die Kapuze. Oder den Umhang. Das ist immer doof, dass man das automatisch einschalten muss. War jetzt eigentlich schon die Mütze dabei gewesen? Ich glaube nicht. Automatik an. Ich brauche die Mütze dabei. Ich brauche die Mütze dabei. Ausrüsten. Ausrüsten. Ach, war doch dabei gewesen. So, jetzt haben wir den schon mal auf grün gemacht. Gehen wir den mal hier auf Level 2. Jetzt machen wir den hier auf grün. der braucht die Würfel. Okay. Worte, Würfel und dieser Stab. Dann laufen wir mal durch. Ich hab voll durch gar nichts drin gehabt. Und alle da oben. Jawohl. Die Würfel. Die Würfel. Haben wir nicht gehalten? Und das Schild. Die Würfel. 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 Okay. Ausrüsten. Die Würfel. Dann gehen wir wieder hier hin. Weil wir brauchen ja die Würfel. 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 Zupi, jetzt habe ich es doch. Ah, das fehlt noch. Na, den greifen wir noch dreimal hintereinander an, den Bosskampf. Und meine Sommelbrille, ich setze meine Sommelbrille jetzt auf. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Okay. Soap. Okay. Okay, dann fick ich nur noch der hier. Okay. 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 Immer noch nicht. Okay. 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 vorführen ich brauche diese lampe hier diese lampe noch einmal den dann kann ich den boss nicht mehr angreifen ein boss kann man nur dreimal angreifen ich weiß jetzt allerdings nicht ob am tag oder in einer bestimmten zeit ja es ist immer noch nicht da die lampe mensch den boss kann ich nicht mehr angreifen angreifen das geht nur über vip über vip so 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 dann halt ein normaler angriff so so immer noch nicht doch endlich, ich hab sie befördert jawohl okay, jetzt haben wir die beiden befördert dann würde ich sagen ja, das Ausrüsten haben wir gemacht jetzt haben wir wieder überall die Geschenke das ist schön zurück, zurück, da gut gut Luftschiff Plone, nach Polen gut, dann schicken wir den mal auf die neun stunden ne, dann halt nicht warum nicht oh, jetzt habe ich einen Zoom im Kopfhörer weg also den nicht da sechs Stunden gut, der läuft jetzt jetzt haben wir haben wir Inventar eine Schatztruhe öffnen Lass uns das Video anschauen Lass uns das Video anschauen Level 30 nice Quest Gilde beitreten ich glaube ich glaube mit den der Stellen war bei denen ein bisschen doof gewesen probieren probieren wir mal weiter die German bearbeiten Ich habe ihn im Rot natürlich und Weiß und diese Flagge, schauen wir mal was am besten aussieht, das sieht auch wie cool aus, so ein eisernes Kreuz. Warum ist ein A für Anfänger oder für Arschloch? Ein Löwe, Wildschwein, welche chinesischen Schriftzeichen? Das sieht doch irgendwie cool aus. Bislang gefällt mir der am besten. Einzigste bei denen ist, denkst du, ich hätte vielleicht ein bisschen höher gemusst. Was ist Ihr Name? Hier im Pink. Ne, bin im Grau wieder. Das sieht so nach Holland aus eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ach je. Ich hätte hier gerne einen Hund, aber wir nehmen den Wolfskopf. Speichern, erstellen. Willkommen in der himmlischen Stadt der Gelderwünsche. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, das waren alle. Gut, das waren alle. Was muss man hier noch machen? Gut, das waren alle. Gut, das waren alle. Gut, das waren alle. Gut, 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 gut. Der nächste Gegenkrieg beginnt in 4 Stunden und 50 Minuten. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Und zurück zur Stadt. Was haben wir noch? Jetzt müssen wir noch hier die ganzen Sachen einsammeln. Da ist noch etwas. Hier ist noch etwas. Jo, das war es dann für heute. Jo, ich bin level 30. Ich habe jetzt meine eigene Gede. Mal schauen, vielleicht kommen da ein paar Leute rein. Ich werde allerdings nicht so oft spielen. Und ja, gekämpft haben wir schon. Wir haben unsere Helden hier alle aufgelevelt. Ja, das war ja das Wichtigste. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier raus. Jetzt hole ich mein Ticket ab und sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.